Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Eurotruck Simulator 2 Spezial. Besieg den Frenkel. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem Let's Play Eurotruck Simulator 2 Spezial mit dem Motto Besieg den Frenkel. Ich wollte ja schon immer mal, das habe ich schon angedeutet, gegen euch ein Truck-Rennen veranstalten mit dem Spiel hier. Und Multiplayer gibt es nicht, deswegen machen wir das im Einzelspieler. Und ich habe mir jetzt ein Reglement ausgedacht. Und zwar möchte ich einfach, dass die Chancengleichheit relativ gewahrt bleibt für alle, die mitmachen wollen von euch. Und eben auch für mich, ja. Sonst habe ich überhaupt keine Chance. Und das werde ich euch jetzt erklären, wie das aussehen soll. Es ist ein bisschen komplizierter geworden, eben damit die Chancengleichheit gewahrt bleibt. Und ich möchte eigentlich auch ein paar Leute abschrecken, die irgendwie nur so mal ein bisschen mitspielen wollen. Da müsste ich viel zu viele Videos gucken und vergleichen und stoppen. Das sollen schon Leute sein, die dahinter stehen und die da voll Bock drauf haben. Und ja, das, was ich euch jetzt hier zeige im Video, das sind die ganzen Einstellungen, die nötig sind, damit ihr teilnehmen könnt. Und genau das müsstet ihr mir auch auf Video aufzeichnen, damit ich genau sehe, ob ihr diese Bedingungen erfüllt. Das erklärt sich jetzt alles gleich. Ich fange mal so an. Ich habe ein neues Profil und zwar mit Level 3. Das heißt, schon ein bisschen gefahren, weil ich muss mir einen Truck kaufen können. Ihr auch. Wir kaufen alle den gleichen Truck und zwar einen Volvo. Und ihr müsst nicht unbedingt ein neues Profil machen. Ich habe das nicht so genau durchgedacht, wie das ist, wenn ihr ein älteres Profil schon habt. Wenn ihr die Bedingungen, die ich hier in diesem Video nenne, auch mit eurem Profil erfüllen könnt, dann ist mir das wurscht. Da braucht ihr kein neues Profil anlegen. Ich würde es euch trotzdem empfehlen, weil ihr könnt das genauso machen wie ich, bis Level 3 fahren und dann auch diesen Truck kaufen. Was ganz wichtig ist, ist das Erste, was ich sehen möchte von euch, ist, ihr geht auf Bearbeiten und zeigt mir, dass hier keinerlei Mods aktiv sind. Also ich zeige euch das jetzt auch bei mir, dass keine Mods aktiv sind. Warum mache ich das? Zum Beispiel die TSM-Map, die verändert ja die Streckenführung. Und es soll schon für jeden die gleiche Strecke sein, deswegen hier keine Mods aktiviert. Ich habe einen Firmensitz in Nürnberg gewählt, weil ich das Rennen von Nürnberg nach Frankfurt machen möchte, gegen euch. Und weil in Nürnberg ein Volvo-Händler ist, habe ich hier als bevorzugtes LKW-Design einen Volvo genommen. So, und dann können wir das hier auf Anwenden machen und dann gehen wir direkt ins Spiel rein. Also ich mache keine halben Sachen, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen wird das ein bisschen komplexer jetzt. Tut mir leid, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es Spaß macht und lustig wird. Also, LKW-Händler. Ich brauche zunächst mal einen LKW, habe ich ja gesagt. Und da ich Level 3 bin, habe ich noch kein Geld oder nicht genug Geld. Und deswegen hole ich mir jetzt hier diesen Kredit. 100.000 reichen völlig. Mehr brauchen wir nicht. Und dann gehe ich auch direkt schon zum LKW-Händler. So, und zwar in Nürnberg, haben wir gesagt, ne? Genau. Und dann fahren wir da mal schnell hin. Palim Palim. So, da gibt es natürlich jetzt mehrere zur Auswahl. Manche kann ich mir gar nicht kaufen, weil ich ja die Stufe noch gar nicht habe. Das Level noch nicht habe, zum Beispiel der hier. Der ist erst ab Level 14. Der hier ist erst ab Level 10. Der hier wäre möglich, ja? Hat 460 PS. Ich habe mich aber für einen anderen entschieden, und zwar den hier. Und den kaufen wir alle, ja? Damit alle das gleiche Modell haben mit der Motorleistung von 540 PS. Und den kaufe ich ungepimpt und irgendwie gar nichts kommt da rein. Kein anderes Getriebe, gar nichts. Einfach nur nackig kaufen, ja? Und dann wird der auch schon gleich angeliefert. So. Es wäre übrigens schön, wenn ihr euer Video, das Rennen an sich, kommentiert. Das mache ich nämlich auch. Dann können wir ein bisschen was Lustigeres zusammenbauen. Das breche ich jetzt mal ab hier. Das müssen wir nicht sehen. Äh, ja. Sie haben Post. Was habe ich denn jetzt für Post? Von meiner Mama oder wat? Wir können ihnen helfen zu wachsen. Nein, 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 nein. Wir kommen zu einem nächsten Punkt. Und zwar, wo starten wir das Rennen? Wir starten das Rennen nicht am Firmensitz. Wir starten das Rennen an der Werkstatt, habe ich mir überlegt. Und zwar habe ich mir das zusammen überlegt mit meinem Mod-Experten, dem Darcy. Der hat mir ein bisschen geholfen für die Vorbereitung und so. Ähm, ich muss mal gerade bei mir einen Sound ein bisschen lauter machen. Ich habe überhaupt keinen Motorsound. Das wäre nicht so gut, das wäre nicht so gut. Wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn? Ja, jetzt haben wir es. Oh, ah, das Ding ist inzwischen weitergefahren. Äh, ja, es ist folgendes. Ich möchte, dass wir alle am Tag fahren, ja. Weil nachts zum Beispiel könnte es ja sein, dass weniger Verkehr ein Vorteil bedeutet. Oder, keine Ahnung, dass man die schlechtere Sicht als Nachteil wertet. Deswegen, wir fahren alle am Tag. Und wenn wir euch gerade Nacht ist und ihr auf Tag umschalten wollt, dann ist es auch sinnvoll, dass wir da am Dingsbums starten, an der Werkstatt, weil man da nämlich auch noch eine Runde pennen kann, ne. Bei mir ist jetzt Tag, deswegen ist das egal. Weil ich die Ampel gerade sehe, ja, Verkehrsregeln vergessen wir einfach. Brauchen wir nicht. Wir fahren auch bei Rot durch beim Rennen, ja. Zur Not rammeln wir auch irgendwelche Autos weg. Und, ähm, auch wenn wir geblitzt werden, kratzt nicht, ähm, zählt alles. Ist egal, wir müssen einfach nur schauen, oder ihr müsst einfach nur schauen, möglichst schnell von Punkt A in Nürnberg nach Punkt B in Frankfurt kommen. Sag mal, der hat einen Wendekreis wie Kühlschrank hier, dieser Volvo. Ist das immer so? Oder ist das so, weil ich jetzt keine Mod installiert habe? Also bei meinem Scanner, den ich ja meistens fahre, habe ich so den Eindruck, ähm, dass der sich irgendwie, ja, schöner steuert. Na gut, ist egal. Für alle die gleichen Chancen, haben wir gesagt. So, als Startpunkt habe ich mir diese Ausfahrt hier auserkoren. Ähm, Moment, da muss man jetzt mal grob ausrichten, der Herr Frenkel. Also, das wird nicht auf den Millimeter genau gehen, dass wir alle da gleich stehen. Jetzt muss ich gerade nochmal, ähm, in die, halt, halt, wo ist er denn? Ach ja. In die Vögelperspektive, ne? Ihr wisst Bescheid. Die Vögelperspektive heißt das ja, ne? Äh, ich möchte noch ein Stückchen weiter nach rechts rüber. An der Ausfahrt, an dieser Kurvenlinie würde ich gerne ungefähr stehen. So, jetzt muss man noch ein Stück zurück wieder, ne? Stopp. Jetzt sind wir ein bisschen weit hinten. Ah! Ja, also es muss nicht so ganz genau sein, aber wir schauen mal von der Seite. Ich möchte also nicht, dass das, äh, das übertreten quasi, ja, dass hier der Truck über diese, ähm, Kante drüber ist. Ähm, er sollte halt rechts mit dem Reifen so ein bisschen an der Kurvenlinie ungefähr stehen. Ich werde das nochmal nachjustieren jetzt gerade. Und zwar werde ich das jetzt mal versuchen hier, möglichst exakt an die Kante zu stellen, das Ding. Ja, also, er könnte ja auch noch einen Millimeter weiter vor. Das wäre schon ein bisschen zu weit, finde ich, ja? Ähm, das werdet ihr schon hinkriegen. Ja, wenn ich das hinkriege, dann kriege ich das auch hin. Ich kriege es ja übrigens gar nicht hin. Fällt mir gerade auf, verdammt. Nochmal. Ah, zu viel Schwung, Frenkel. Das klappt ja schon mal super überhaupt nicht. Vorsichtig vorhanden, Frenkel. Okay, also das würde ich dann mal durchgehen lassen, ne? Das steht so einigermaßen. Auch hier mit dem Reifen auf der Kurvenlinie. Das wäre ja der Startpunkt. Wir spielen das Ganze natürlich in der Cockpit-Perspektive, die ich jetzt gerade nicht eingeschaltet habe, weil ich wieder die Tasten verwechselt habe. So, jetzt sind wir richtig hier. Ähm. Ihr könnt den LKW auch noch reparieren hier, ne? An der Werkstatt. Das ist ja auch noch ganz sinnvoll, weil es kann ja sein, dass ihr dann irgendwie sonst einen Motor-Schaden habt. Keine Ahnung. Ich werde jetzt, wenn ich das Rennen jetzt ab hier von, ab hier nach, ähm, also von Nürnberg nach Frankfurt, das werde ich euch nicht zeigen, ja? Ja, weil ich sehe euer Rennen auch nicht. Ich kann euch auch nichts abgucken, wie ihr gefahren seid. Ich zeige euch jetzt hier nur den Startpunkt, also den Start von mir ein paar Sekunden und die Zieleinfahrt ein paar Sekunden. Und, ähm, wenn wir dann ein großes Video draus machen, mit euren Einsendungen, ja, dann, ähm, werde ich offenbaren, was dazwischen geschah. Und dann könnt ihr ja sehen, dass, äh, Anfang, Mittelteil und Schluss zusammenpassen und dass ich das also nicht nachträglich aufgenommen haben kann und beschissen habe, ja? Wenn ihr unbedingt bescheißen wollt, mein Gott, dann bescheißt. Ähm, ich habe, äh, einige Sachen jetzt hier eingebaut, die dann jetzt auch noch kommen, die das, äh, ausschließen sollen. Ähm, aber natürlich kann man immer betrügen, wenn man will. Ähm, wer es nötig hat, soll betrügen, dann hat er halt einen kleinen Pimmel, ist mir auch recht. Ähm, ihr könnt mir glauben, ich habe nicht beschissen, ich werde nicht bescheißen und, äh, das erwarte ich auch von euch, dass ihr mir das versprecht. Also insofern passt das schon. Ähm, wie soll das laufen? Ihr werdet eure Videos dann hochladen, aber jetzt wartet mal, ich muss erst mal noch was anderes zeigen, die Map. Und zwar, ich habe eigentlich gedacht, dass ich fahre, das Rennen von Nürnberg nach München, dachte ich ursprünglich. Mir ist da aber was eingefallen, und zwar, ich würde gerne, dass wir als Zieleinfahrt das Ortsschild über den Haufen fahren, das dann gerade so richtig scheppert, ja? Dann weiß man, aha, Rennen zu Ende. Und, äh, das geht in München nicht. Da verstecken sich die scheiß Schilder nämlich ganz feige hinter Leitplanken. Und in Frankfurt geht das, deswegen fahren wir die Strecke Nürnberg-Frankfurt. Ich für meinen Teil werde mir auch mein Navigationssystem einstellen, das müsst ihr nicht machen. Aber ich, äh, ja, ich kann es euch empfehlen und ich kann euch zeigen, wie ich das hier mache auch. Ähm, ich werde hier einen Frachtmarktauftrag annehmen, und zwar nicht in Nürnberg, sondern in Frankfurt. Und dann zeigt das Navigationssystem quasi zu dem Aufflieger, den ich dort abholen soll. So, und, ähm, dann nehme ich mal WGCC, ja, die Firma, und, äh, wo das da hingeht, ist eigentlich völlig Schnuppe. Wir stellen das als Navigationsziel ein und dann ganz wichtig auch für euch kontrollieren. Und zwar folgendermaßen, ähm, ich möchte das Rennen hier man fährt hier auf die Autobahn da direkt und dann komplett hier Autobahn nach Frankfurt und dann nur ganz kurz hier abfahren nochmal auf die Bundesstraße, ja. Ich möchte das Rennen über die Autobahn fahren lassen, weil, warum? Es soll ja ein Rennen sein, es soll ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen werden. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel eine Firma nehmt hier, da müsst ihr aufpassen, deswegen sage ich kontrollieren, TRIET oder TRIET, keine Ahnung, was das heißen soll, dann würdet ihr hier nämlich runtergeleitet und würdet hier Landstraße fahren nach Frankfurt und das wollt ihr nicht. Also ihr müsst eine Firma wählen hier, die ja ein bisschen im Zentrum ist. Deswegen unbedingt nochmal kontrollieren. Übrigens, wenn ich irgendwas vergessen habe, ich habe hier zwar einen Notizzettel, aber wenn ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen, ihr müsst auch ganz wichtig die Videobeschreibung lesen. Dort wäre eventuell noch eine Regel, die ich hier vergessen habe und ihr könnt mir da nicht kommen mit, das hat doch über das Video nicht gesagt, ja. Wenn da in der Videobeschreibung noch was drinsteht, dann müsst ihr euch auch da dran halten. Ist doch klar. Ja, so. Jetzt habe ich das eingestellt, jetzt ist das auf dem Navigationssystem rechts auch zu sehen hier und was ihr mir dann zeigen müsst noch, ganz wichtig, den Zustand des Trucks, ja. Und zwar findet ihr das hier, das möchte ich sehen. Warum möchte ich das sehen? Weil ich, also das ist mir egal, ihr könnt auch von mir aus mit der totalen Schrottkarre fahren, ist mir völlig egal. Das ist ja nur euer Nachteil. Ich möchte hier nochmal sehen, ob ihr diese 540 PS Maschine habt. Ihr zeigt mir das Ganze, diesen Zustand nochmal nach dem Zieleinlauf, dann können wir da vergleichen, ja. Ich mache das genauso. Dann wissen wir, okay, gleiches Modell und gleiche PS-Zahl, gleiche Chance. So, das müsst ihr mir zeigen. Ferner müsst ihr mir hier nochmal zeigen, die, ähm, ähm, äh, Moment, ich muss auf meinen Zettel gucken, die Karriereentwicklung. Genau, die wollte ich nochmal sehen. Und zwar, ähm, das sind ungefähr 230 Kilometer hier von Nürnberg nach Frankfurt und das müsste dann nämlich hier stehen. Ihr zeigt mir erstmal das Formrennen, dann weiß ich, okay, 0 Kilometer bislang gefahren und auch dann nach der Zieleinfahrt, dann müssten hier ungefähr 230 stehen. Das ist nochmal ein Kontrollvorgang für mich. So, ähm, gut. Dann, was manchen vielleicht nicht so gut gefallen wird, aber ihr müsst auf jeden Fall auch nochmal in die Controllereinstellung gehen und ihr müsst dann hier klicken auf Standardeinstellung zurücksetzen. Das zeigt ihr mir halt auch im Video, ist klar, ne? Und, ähm, warum? Ich möchte, dass wir alle Tastatur und einfache Automatik fahren wegen der Chancengleichheit. Mit Lenkrad wäre es leichter zu steuern, kann man feinfühliger steuern, wäre ein Vorteil, möchte ich nicht. Ich bin Tastaturfahrer, ich mache hier die Gesetze. Deswegen, wir fahren alle mit Tastatur und einfacher Automatik. Müsst ihr halt zur Not üben, ne? Wenn ihr, ähm, so, sonst, so einfach unterwegs seid mit Lenkrad, ne? So, dann haben wir noch, ähm, das Gameplay, da wird er auch nochmal kurz, ähm, drauf verweisen. Da klickt er auch nochmal auf Standardeinstellung und dann ändert er aber noch zwei Werte und zwar, er macht die Geschwindigkeitsbegrenzer hier wieder raus, ja? Wir wollen ein Rennen fahren, das heißt, wir wollen auch Dampf haben, wir wollen auch möglichst schnell fahren können und die Regenwahrscheinlichkeit stellt ihr auf Null komplett. Äh, kann zwar trotzdem regnen, aber, ähm, kein so Platzregen, der dann irgendwie, äh, euch so behindert, dass ihr benachteiligt seid. Genau. So, dann war das das. Was gibt's noch zu sagen? Ähm, 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 eigentlich nur eins, ihr würdet dann eure Videos, das ihr quasi genauso macht, wie dieses hier meines, ähm, werdet ihr bei YouTube hochladen, ihr stellt es auf nicht gelistet und ihr schickt mir den Link. Dann kann ich das quasi dort runterziehen, äh, eure Bewerbung, euer Rennen, wenn ihr ein Rennen habt, das euch, äh, misslungen ist, ihr könnt auch, ähm, Let's Fails schicken. Ähm, ich möchte dann danach vielleicht ein, zwei Specials machen, wo ich nicht nur den Sieger zeige, dem sein Rennen und mein Rennen, sondern auch noch ein paar Fails und ihr könnt auch gerne öfter fahren. Ihr müsstet dann nur diese kompletten Einstellungen hier alle komplett immer wieder neu machen. Das mache ich auch, wenn ich öfter fahre, falls ich öfter fahre, ähm, ja, damit das, wie gesagt, äh, äh, möglichst wenig Möglichkeiten gibt, zu betrügen. Ja. Und das war's jetzt eigentlich schon. Ich kann jetzt quasi fast schon starten und das werde ich euch ja dann ganz kurz zeigen. Ähm, jetzt kommt da gerade wahrscheinlich ein Truck daher, deswegen warte ich nochmal. Und ihr seht, wie gesagt, jetzt nur den Start und, äh, die Zieleinfahrt und sonst nix, ja. Und dann, äh, schauen wir mal, wer der bessere Rennfahrer ist, ne. Okay, kommt noch einer? Nein. Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Das Rennen beginnt hier für mich. Ihr seht schon, da ist eine rote Ampel, die ignoriere ich gerade mal. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich ja keinem reindonnere. So, jetzt gilt's nur noch, das Ortsschild zu finden und zu eliminieren. Geht da vorne weg. Hier kommt ein Truck. Geht mir aus der Sonne, Freunde. Da ist es, da ist es. Ja. So. Und jetzt, wie gesagt, zum Schluss werde ich euch zeigen, ähm, meinen Zustand. Also nicht den meinen, ja, sondern den meines Trucks. Ich habe immer noch den 540 PS Truck. Ich habe immer noch den Volvo FH16 Classic Sleeper. Und, das Zweite, was ich euch zeigen werde und was ihr mir auch bitte zeigt, ist die Karriereentwicklung. 230 Kilometer, haben wir gesagt. Oh, fast genau. 231. Ja. So. Ich hoffe, das hat euch jetzt Spaß gemacht. Es hat euch interessiert und es ist eine Herausforderung für euch, gegen mich anzutreten. Das würde mich freuen. Ich sage dann jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. 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 Ciao.